Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Psychische Erkrankungen sind Hirnerkrankungen. Das klingt heute so. Selbstverständlich. Das war es früher nicht. Wenn ich ein Genom analysiere, dann finde ich normalerweise dreieinhalb Millionen Varianten. Das ist ein riesengroßes, riesenkomplexes System. Und das findet alles innerhalb von einer Zelle statt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Motivieren weiterzumachen Die die spüren lassen, dass Leben einfach Leben ist Bis zum nächsten Mal.